Wie geil ist das denn? Ich mach mal ganz kurz das Radio aus. Oh, ach so. Entschuldigung, ich weiß nicht, wie ich lang muss. Puma, komm, komm, steig mit ein. Oh nein, ich muss Puma zurücklassen. Keine Chance, Kollegen. Das Ding ist ja wohl mal mega geil. Das seh ich. Ach, ich hab hier noch mehr Waffen. Oh nein. Gefällt mir. Das Ding ist ja wohl mal mega geil. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das Ding würde ich gerne dauerhaft haben. Wenn das geht. Bitte, ich möchte es haben. Jawoll. Alter, macht das Spaß. Jetzt weiß ich auch immer, ob es der Witwenmacher ist. Oh. Äh, äh, ja. Warum? Was war das? Was hab ich getan? Ich hab gar nichts getan. Doch, genau das tue ich. Ich glaube daran. Wenn es ja dazwischendurch gespeichert. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ah, jetzt weiß ich auch, was der Fehler war. Ich saß vor... Ich saß vor denen. Ich saß vor denen. Und huf am besten jedes Mal, wenn du einen erwischst. Dann weiß ich, wann ich jubeln kann. Ich weiß nicht mehr, wie man huft. Ach, geil. Mega. Oh nein, geh weg, geh weg. Oh, es tut mir leid. Das macht ja wohl mal richtig Spaß. Weg da. Oh nein, oh nein. Oben hat noch... Ach, da gehen halt Verstärkung. Sieben. Sieben. Zwei noch. Oh, da vorne kommt nur der Nächsten. Äh, nein. Hört den mal bitte auf. Danke. Äh, Entschuldigung. Okay. Bleib ich da an dem Wrack auch noch hängen? Weg, weg, weg. Oh nein... Weg, weg, weg. Oh nein, ich hab die Kühe erschossen. Oh, das tut mir leid. Ich weiß nicht, ob jemand huft. Wie huft man nochmal? Oh. Das war nicht die Hupe. Verdammt. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Was mache ich denn da auf dem Auto? Schnell rein, schnell rein, schnell rein, schnell rein. Habe ich die Straße? Ja, ich schaffe das schon noch. Das war eben nicht so schlau, dass ich kurz vor der Straßensperre ausgestiegen bin. Aber gut, ne? Fehler passieren. Fehler passieren. Von daher. Ja, war nicht ganz so schlau. Schlechte Neuigkeiten für Angler. Die Naturschutzbehörde plant ein weiteres chipgestütztes Ausbildungsprogramm für den von Aussterben bedrohten weißen Störer. Wer eine solche geschwenkt, wisst mit einer Geldstörung. Ich höre hier eh kein Radio. Das ist mir nun gerade wirklich egal. Übrigens, Leute, falls ihr das Spiel aufspielt, ne? E ist nicht hupen, wenn ihr in einem Fahrzeug sitzt. E ist nämlich aussteigen. Nein. Oh, guck mal, hier rollt noch eine Felge. Haha, geil. Geil. Nein, das hat euch wieder verstärken gerufen. Macht Platz. Okay. Letzter Versuch. Diesmal ohne aussteigen. Na, komm her. Na, komm her. Letzter Versuch. Letzter Versuch. Letzter Versuch. Letzter Versuch. Letzter Versuch. Letzter Versuch. Sehr gut. Vorbeifahren. Oh, hier geht noch ein Reifen. So, diesmal machen die auch Platz. Ich habe die Kühe vorhin natürlich nicht erschossen. Ich wollte nur mal testen. Hupe habe ich vergessen. Ist ja auch nicht so wichtig. Passt. Na, wer will noch mal. Wer hat noch nicht. Oh, ein Tanklaster. Ja. Ah, ich brenne. Platz, Platz. Geh weg. Ich habe keine Zeit für so Leute wie dich. Ach so. Ja, wahrscheinlich folge ich einfach mal der Straße weiter. Das Ding gefällt mir. Das finde ich absolut geil. Aber sowas von mega. Ja. Damit könnte ich hier einmal durch die Welt fahren und alles platt mähen. Oh. Oh. Du darfst nicht den Typen hier umfahren. Ein bisschen vorsichtig sein. Ja, ich liebe diese Stadt auch. Da ist noch ein Hund an der Seite. Jochen. Nein, habe ich nicht. Hast ihn doch nicht verkratzt, oder? Niemals. Was denkst du denn? Also wirklich. Wirklich. Und? Alles klar? Danke nochmal, Deputy. Gerne. Geil. Der Witwenmacher. Abgeschlossen. Ein ganzer Stammbaum besteht aus Schützen. Und noch nie hätte einer von uns einen Unfall. In den freigeschaltet. Top! Geiles Ding. Lackierung. Ja, kommen wir drüber sprechen. Aber das Ding an sich gefällt mir sehr gut. Ich muss einmal ganz kurz hier wieder ein bisschen auffrischen alles. Hallo. Ja. Ich brauch doch keine Raketenwerfer. Ich brauch doch nur Werferschaufel. Ach komm, ich kauf das jetzt einfach einmal. Ich kann mir halt noch nichts leisten, leider. Ich muss irgendwie zu... zu Geld kommen. Müssen wir jetzt... Okay. Ach so. Ja, ich hab ja nur... Nee, ich will die nicht tauschen. Ich brauch ein neues. Oh, nein. Wenn dann eher sowas in die Richtung hier. Oh, das Ding gefällt mir. Die Lackierung ist cool. Hey, Angriff. Hm. Nicht schlecht. Entschuldigung. Sehr lustig. Ja, ich setze mir einen Golfball auf. Natürlich. Ich wollte gerade sagen, hier, guck mal. Was ist denn hier mit? Ja, Frauen würden jetzt sagen, ah, es passt aber nicht so gut zum Hemd, weil das Hemd ist blau und das andere ist grün. Fallensteller, Feldtarnung, Fallensteller. Das finde ich ganz cool. Aber gibt's das auch nur mit? Oh Gott, ich will doch nicht auf Safari. Und ein Rennen fahren möchte ich auch nicht. Kann ich denn... Ach krass, ich kann mir auch ganze Outfits kaufen. Das ist ja auch nicht schlecht. Ja, hier. Einmal Nordschleife rüber brettern. Ja, okay. So, warte mal. Oberkörper. So, mal ganz kurz das hier. Die Maske wollte ich nicht. Ach, krass. Ich kann mich auch so anziehen wie die. Wenn ich jetzt das dazu nehme. Ja, das gefällt mir trotzdem irgendwie noch nicht ganz so gut. Aber ich behalte mir... Ich behalte mal den... Na... Ich nehm lieber doch den hier. Oh, das finde ich auch cool. Ach, das habe ich schon. Oh, dann nehm ich das doch. Habe ich denn erstmal ohne gekrempelte Ärmel? Ähm, das finde ich auch cool. Können wir ruhig rot lassen. Das finde ich auch cool. Ich bleib mal so. Ich bleib mal so. Das gefällt mir. Äh, darf ich wieder raus? Hallo? Oh, Boomer! Danke. Nein, sollst du nicht. Nein, sollst du nicht. Okay. Was liegt so als nächstes an? Hm. Ich schaue mal eben auf die Karte. Hier bin ich eben einmal rumgeeiert. Larry Parker, bewaffneter Valley-Konvoi. Zerstöre John's Chucks im Westen. Gibt Geld? Widerstandspunkte? Das mache ich später mal. Oh, verdammt. Hallo? Hier ist Snake Ray. Die Sächte steht vor unserer Tür. Ich glaube, die wollen mein Flugzeug. Wir halten nicht mehr lange durch. Oh, oh. Die Grey ist bei der Lamb of God-Kirche. Die Peggis können wir einfach nicht in Ruhe lassen. Ähm. Ich gehe mal hier hin. Das liegt eher auf dem Weg. Da hin. Ja, quer übers Feld mal laufen. Ich nehme Boomer mit. Aber vorerstöre ich nochmal ganz kurz. Ist so geil, wie er hier rüber springt. Hey, Boomer, komm her. Na los, komm her. Geil. Finde ich sehr cool. Vorerstöre ich nochmal das Ding da hinten. Mal eben ganz kurz, ganz schnell.